Die Welt, die wir kennen und den Dingen, die wir fürchten, gibt es Türen. Wenn diese sich öffnen, werden Albträume wahr. Das sind die Creepy Tales. Mom! Jetzt hör aber mal auf, Schatz! Aber das ist gemein! Wieso gemein? Jeder spendet etwas für die Tombola. Ich meine alte Blumenvase, Masha von nebenan ihr Bild aus dem Gästezimmer, ihr Sohn sein Skateboard. Aber doch nicht Dolly! Lisa, jetzt hör mir mal zu. Du bist 13 und wirst langsam eine junge Dame. Und in dem Alter spielt man eben nicht mehr mit Puppen. Aber Dolly ist meine Lieblingspuppe! Ach, du hast mich gehört. Außerdem ist sie schon mit den anderen Sachen verpackt und im Kofferraum verstaut. Aber Mom! Jetzt stell dich bitte nicht so an. Oh! Ich muss los! Bis nachher, Schatz! Mua! 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 Was ist denn da los? Der Wagen war doch erst letzte Woche in der Werkstatt. Och, bitte bleibt mir jetzt nicht liegen. Ich bin doch eh so knapp dran. Ja, okay. Dann schaue ich eben nach. Ach. Was ist denn nur der Lappen? Ach, da. Hm, sieht eigentlich alles okay aus. Auch der Ölstand ist in Ordnung. Dann habe ich mir das wohl doch eingebildet. Jetzt wird es aber wirklich Zeit. Hallo, Grace. Was? Hier bin ich. Wer spricht dort? Schau doch mal auf die Rückbank. Was macht denn Lisas Puppe da? Jetzt hast du mich gefunden. Hä? Was zum... Gib dir keine Mühe. Dieser Wagen bleibt so schnell nicht stehen. Und raus kommst du hier auch nicht. Was willst du von mir? Du warst ein böses Mädchen. Ich? Nimmst der eigenen Tochter ihre Lieblingspuppe Sack. Aber... Und macht man sowas Unartiges? Ich wollte doch nur... Macht man sowas Unartiges? Nein. Siehst du? Und was passiert mit ungezogenen Menschen? Sie müssen bestraft werden. Bitte. Bitte tu mir nichts. Nein, nein. Da will ich schon gerecht sein. Wie... Meinst du das? Du hast deiner Tochter dein Liebster genommen, was sie hatte. Also nehme ich dir das, was dir am liebsten ist. Lisa! Du wirst zu spät kommen. Du bekommst meine Tochter nicht. Hattest du nicht den Gasherd angelassen? Oder war ich das? Ach, was so ein einzelner Funkel doch anrichten kann. Hier kann ich abkürzen. Gleich bin ich da. Das glaube ich nicht. Was? Wo kommt denn der LKW? Ah! Nicht gleich! Moment. Hallo? Ist da jemand? Komisch. Moment, was liegt denn da auf der Treppe? Dolly! Bist du Mama etwa aus dem Karton gefallen? Ach, was bin ich froh, dass du da bist. Hast du Lust zu spielen? Sicher hast du Lust. Wie wäre es mit Mutter und Kind? Also ich bin die Mutter. 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 Ich bin die Mutter.